Es gibt keine vergleichbare Veranstaltung weltweit. Unsere Kunden können hier komplett Weihnachten einkaufen. Die brauchen nirgendwo anders hinzugehen. So many different themes like pottery, flowers, ornaments, trees, lightning. Was mich besonders interessiert sind eben auch diese Inszenierungen. The atmosphere is just so good, it is so inspiring. So die inspiriert mich. Mit Inspiration. So ohne Messen können wir nicht erleben. Wir brauchen gut funktionierende, gut organisierte Messen. Und da gehört die Christus World auf jeden Fall dazu. Es ist eine beillissima Finestra aperta zum Mundo. Es ist der beste Ort in Europa, um sich mit vielen Leuten aus vielen Ländern zu halten. Und um das Geschäft zu expandieren. Wenn man eine Collection kreiert, dann denkt man, was die Leute lieben. Aber hier sieht man wirklich, was sie lieben. Eine Liste Dekoration. Die Weihnachtsbäume. Es ist schön gemacht. Sehr dekoratiert. Und sehr neu. Die weißen Eulen fliegen, so richtig toll. Christmas is business.